Das Seychische Theoremgesetz geht auf Jean-Baptiste Sey und James Mill zurück. Es formuliert einen kausal Zusammenhang zwischen den volkswirtschaftlichen Größenangebot und Nachfrage. Das Theorem zählt zu den klassischen bzw. neoklassischen Theoremen und ist ein entscheidender Baustein zum Verständnis der modernen angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Das Theorem in der klassischen Darstellung, Ursprung und Kerngedanke. Geprägt und bekannt wurde das Seychische Theorem als Bestandteil der Klassik-Neoklassik neben Sey über James Mill und John Stuart Mill. So wie John Maynard Keynes eine weitverbreitete Zusammenfassung lautet, jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage selbst. Bei James Mill heißt es ZB in Elements of Political Economy. But if the demand and supply of every individual are always equal to one in a, the demand and supply of all the individuals in the nation, taken aggregately, must be equal, whatever, therefore, be the amount of the annual produce, it never can exceed the amount of the annual demand. The whole of the annual produce is divided into a number of shares equal to a that of other people to whom it is distributed. The whole of the demand is equal to a much of the whole of the shares as the owners do not keep for their own consumption. But the whole of the shares is equal to a whole of the produce. The demonstration, therefore, is complete. Sey schrieb 1803 in seinem Werk Trete die Kondomie-Politik. Wenn der Produzent die Arbeit an seinem Produkt beendet hat, ist er höchstbestrebt es sofort zu verkaufen, damit der Produktwert nicht sinkt. Nicht weniger bestrebt ist er, das daraus eingesetzte Geld zu verwenden, denn dessen Wert sinkt möglicherweise ebenfalls. Da die einzige Einsatzmöglichkeit für das Geld der Kauf anderer Produkte ist, öffnen die Umstände der Erschaffung eines Produktes einen Weg für andere Produkte. Sey wandte sich damit in der damaligen Diskussion gegen die von einigen Ökonomen vertretene Befürchtung, dass es mit dem technischen Fortschritt langfristig zu Überproduktionskrisen komme. Nach Sey war die Produktion von Gütern nötig, um die für Güterkäufe erforderlichen Mittel bereitzustellen und die Güterproduktion somit gleichzeitig Angebot und Nachfrage schaffe. Sey wollte mit seinem Theorem nicht kurzfristige Absatzkrisen, zyklische Depressionen und die davon verursachte unfreiwillige Arbeitslosigkeit bestreiten, wie es unter Berufung auf sein Theorem dann üblich wurde. Diese Sicht von Sey wurde von den Neoklassikern später auch auf Aspekte wie relative Preise und Arbeitslosigkeit übertragen. Ein erhöhtes geplantes Güterangebot generiere daher automatisch eine entsprechend höhere geplante Nachfrage. Ein unzureichendes Nachfrageniveau kann daher, von kurzfristigen Schwankungen abgesehen, gesamtwirtschaftlich gar nicht existieren. Demnach könne es auch keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit geben, solange der Staat nicht wirtschaftspolitisch, z.B. durch Mindestlöhne oder Steuerregulierungen, in das Marktgeschehen eingreift und dadurch die Nachfrage nach Arbeitskräften einschränkt. Eine partielle Überproduktion sei zwar möglich, der eine Unterproduktion an anderer Stelle entspreche. Solch ein Ungleichgewicht sei aber nur temporär und werde durch den Preismechanismus beseitigt. Sparen In einer reinen Tauschwirtschaft ist das Seychische Theorem eine tautologisch erfüllte Identitätsgleichung. In einer mehrperiodigen Geldwirtschaft kann das Theorem aber über einen Teilzeitraum keine tautologische Gültigkeit für sich in Anspruch nehmen, weil die Menschen dann auch die Möglichkeit haben, Geld zu horten oder zu sparen, ohne das Ziel zu haben, selbst damit Güter zum aktuellen Zeitpunkt zu kaufen. Jede Produktion schafft zwar Einkommen in genau der Höhe dieser Produkten, so dass die produzierten Güter mit diesem Einkommen nachgefragt werden können, aber Produktion und Einkommen, die während eines Booms hoch sind, können in einer Krise sehr tief sinken. Die Produktion orientiert sich immer an der Nachfrage, so dass in einer Absatzkrise Produktion und Einkommen weit unter das Produktionspotenzial fallen können. Wenn die Nachfrage unter dem Versuch leidet, aus Einnahmeüberschüssen Geldvermögen zu bilden, die Unternehmen werden dabei vermeiden, auf Lager zu produzieren, nur um das Produktionspotenzial auszulasten und die angestrebten Ersparnisse zu ermöglichen. Nur wenn es einen Mechanismus gibt, der dafür sorgt, dass sich die Investitionen mit den angestrebten Ersparnissen bei einer optimalen Auslastung des Produktionspotenzials decken, Ist das Seychische Theorem in einer modernen Geldwirtschaft gültig, als diesen Mechanismus sehen die Anhänger meist den Zinssatz. Der Gütermarkt wird in einer Geldwirtschaft nach dem Seychischen Theorem deshalb nicht über den Preis geräumt, sondern über den Marktzins. Teilgütermärkte werden über den Preis geräumt. Nach der klassischen Auffassung hat das Seychische Theorem auch dann Gültigkeit, wenn Geld gespart wird. Es wird davon ausgegangen, dass Banken das gesparte Geld verleihen würden, wodurch es letztlich nachfragewirksam bleibt. Da Unternehmen damit Investitionsgüter nachfragen können. Der Marktzins regelt nach klassischer Auffassung das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage bei voller Auslastung des Produktionspotenzials. Horten Anders als beim Sparen bringen die Marktteilnehmer beim Horten ihr Geld nicht zu einer Bank. Stattdessen bewahren sie es zu Hause beispielsweise im Sparschwein auf. Es sammeln sich liquide Geldbestände an, die nicht nachfragewirksam werden. Unter dem Goldstandard war einstmals die Menge der umlaufenden Banknoten durch die Goldreserven begrenzt, sodass die Hortung von Banknoten oder gar von Gold die Zentralbank zu einer Erhöhung der Zinsen zwingen konnte. Bereits die klassischen Ökonomen argumentierten hier mit der Quantitätstheorie des Geldes. Selbst wenn Durchhortung dem Kreislauf Geld entzogen würde, so hat das Seychische Theorem seine Gültigkeit, wenn man unterstellt, dass die verringerte Geldmenge dafür sorgt, dass der Durchschnittspreis aller Güter sinkt. Dadurch würde der Wert des weiterhin im Umlauf befindlichen Geldes aufgewertet und der Gesamtwert bliebe erhalten. Die Klassiker gingen davon aus, dass der jetzt niedrigere Geldpreis einen Anreiz bieten würde, das Geld wieder auszugeben und sich dadurch wieder ein Gleichgewicht einstellt. Normalerweise gleichen die Notenbanken heute aber Verringerungen der Geldumlaufgeschwindigkeit aus, indem sie die Geldmenge entsprechend der erwarteten Umlaufgeschwindigkeitsverlangsamung erhöhen. Verringerungen der Umlaufgeschwindigkeit müssen also nicht zwangsläufig zu Deflation oder gar zu Nachfragelücken führen. Im Falle einer Liquiditätsfalle oder einer Kreditklemme kann es aber sein, dass die Notenbanken die Verringerung der Geldumlaufgeschwindigkeit nicht ausgleichen können, Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik. Da nach dem Sales-Chen-Theorem immer ein Marktgleichgewicht entsteht, wird von den Anhängern des Theorems eine nachfrageorientierte Politik durch den Staat oder die Notenbank abgelehnt und eine angebotsorientierte Politik gefordert. Kritik Die orthodoxe Ökonomie hatte mit der Neutralität des Geldes unterstellt, dass bei einem Rückgang des Konsums immer in dessen Umfang mehr investiert werde. Doch die Investition kann monetär betrachtet im Vergleich zu Geldanlagen weniger rentabel sein, sodass die Investition unterbleibt und eine Produktionslücke entsteht. Mit der Produktionslücke sinken das Einkommen und die Ersparnis der Haushalte. Das Einkommen der Haushalte wird durch die Ausgaben bestimmt und die Ersparnis der Ökonomie durch die Investition. John Maynard Keynes bestritt die Gültigkeit des Sales-Chen-Theorems. Keynes argumentierte vor allem gegen die aus der Quantitätstheorie des Geldes abgeleitete Behauptung, dass es automatisch und ohne Krise und Arbeitslosigkeit zu einem Rückgang der Löhne und Preise kommen könne. Vielmehr werde die Zentralbank absichtlich mit hohen Zinsen und restriktiver Kritikpolitik eine Absatzkrise mit Massenarbeitslosigkeit verursachen. Um die Angel strebte und nach der Rückkehr zum Goldstandard zu den Vorkriegsbaritäten erforderliche Senkung der Löhne und Preise am Markt durchzusetzen. Keynes ging davon aus, dass auch niedrige Zinsen die Unternehmen in einer Krise nicht mehr zum Investieren bewegen würden. Wenn die Gewinnerwartungen nur hinreichend gering wären, dieser Fall wird gleichgewichtbar unter Beschäftigung genannt. Die Ersparnisse würden sich nicht zwingend mit den Investitionen ausgleichen. Ein sich selbst verstärkender Mechanismus zur Verschärfung der Krise wäre somit in Gang gesetzt. Damit Sparer bereit sind, ihr Geld zu verleihen, statt es zu horten, muss ihnen ein Anreiz gegeben werden. Da es auf dem Kapitalmarkt aber möglicherweise sehr wenig Kapitalnachfrager gibt und durch die geringe Geldumlaufgeschwindigkeit auch noch Deflation herrschen mag, könne es sein, dass der Marktzins nicht markträumend ist, die Geldumlaufgeschwindigkeit würde sich dadurch dann weiter verringern. Es handele sich also um einen selbst verstärkenden Prozess. Weil sich die Geldumlaufgeschwindigkeit auch wiederum auf das Sozialprodukt und das Preisniveau auswirkt. Erwartete Deflation ihrerseits verstärkt wiederum den Anreiz, Geld zu horten. Um einen markträumenden Realzinssatz zu gewährleisten, ist eine mäßige Inflationsrate also sehr hilfreich. Sie ermöglicht sogar negative Realzinsen. Bei einer konstanten Inflationsrate bleibt die Planungssicherheit für die Wirtschaftssubjekte gewährleistet. Und die Nachteile so einer mäßigen Inflation halten sich somit in Grenzen. Außerdem bestraft eine geringe Inflation Geldhortung, die ja letztendlich die Ursache jeder Nachfragelücke ist. Und bietet somit einen Anreiz wenig Kasse zu halten. Auch mehrere neuere Veröffentlichungen sehen keinen Zusammenhang zwischen Sparen und Investieren. Das DIW sieht keinen Zusammenhang zwischen Sparen und Konjunktur. Karl Marx setzt sich im Zuge der Durcharbeitung der Theorie von David Ricardo auch mit dem Seys-Chen-Theorem auseinander und bemängelt, dass Sey seine Modellvoraussetzungen so gewählt habe, dass krisenlogisch unmöglich seien. Er kritisierte des Weiteren, dass Sey das Kapitalverhältnis bloß als Naturaltau-Verhältnis deutet und damit die inneren Widersprüche der kapitalmäßigen Verwertungsprozesse bei Überproduktion ignoriere. Marx rechnete Seys Ansatz deswegen zur vulgarer Ökonomie. Hingegen lobt Marx Ricardo für seine wissenschaftliche Objektivität in dessen Kapitel über das Maschinenwesen und übersieht dabei die Inkonsistenz. Ricardos Theorie insgesamt unterstellt das Seys-Chen-Theorem. Danach ist Arbeitslosigkeit auch bei Neueinführung von Maschinen theoretisch ausgeschlossen. Das Seys-Chen-Theorem.